Auch der Ball braucht mal eine Pause. Mehr Fußball und Sport aus der Region auf Radio 7. 70 Sekunden Sport. Immer samstags 10 vor 10 und Viertel vor 3. Jetzt geht's weiter mit Oberliga-Fußball und dem FV Ravensburg. Ja, dem FV Ravensburg und natürlich dem Bundesligisten aus Freiburg. Herzlich Willkommen den Gästen aus Freiburg, unserem Kooperationspartner. Und herzlich Willkommen den Jungs und Mädels vom SV Schmalig. Bist du die Nummer 18? Ja, seit wann, seit wann tust denn du schon tanzen? Ihr oder turnen? Seit wann tust du turnen? Sie hat erst angefangen. Sie hat erst angefangen. Aber auf meinem schlauen Zettel steht auch, von euch würde jemand in der Nationalmannschaft turnen. Wer tanzt denn oder turnt? Ich sag immer tanzen. Wer turnt denn in der Nationalmannschaft? Ja, erzähl mal ganz kurz. Was gibt's da alles? Gibt's da Weltmeisterschaften oder was gibt's da? Ähm, ich weiß jetzt nur von der Europameisterschaft. Und da hast du schon mitgeturnt? Nee, die kommt im Oktober. Die kommt im Oktober. Nicht schlecht. Und ein kleines Geheimnis. Man hat mir zwar gesagt, sag's lieber nicht, aber ich sag's trotzdem. Ihr seid die Turnmädchen vom PV Weingarten. Und 90% kommt aus Ravensburg. Stimmt das? Ja, stimmt das? Wer kommt denn aus Weingarten? Du, als Einzige. Au, au, au. Da sind wir ganz stolz drauf. Also, seid ihr bereit? Okay. Regie, wir brauchen Waka, Waka, die Tanz-Ton-Gruppe des TV Weingarten. Wir brauchen Waka, die Tanz-Ton-Gruppe des TV Weingarten. Llego el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele golpes, no existe el miedo, quítate el polvo, pon tu de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en fin tu gente. Ja, Vicky Eisen, das ist ja total super. Ja, Vicky Eisen, das ist ja total super. Esa mía mía saqué de guay porque esto es África Oye tú Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo obtienes todo Jetzt kommt es der Moment, du kannst du jeden Tag in der Saison. Wir müssen beginnen mit dem Zonen, um den Cielo zu verletzen. Jetzt gehen wir für uns, wir gehen für uns. Schau, 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 Schau. Schau, 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 Schau. Schau, Schau, Schau. Schau, 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 Schau. Schau, 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 Schau. Schau, 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 Schau. Schau, 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 Schau. Schau, 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 Schau. Dami na minasang Kalewa, anawa, ah, ah Dami na minasang Kalewa, anawa, ah, ah Polkets West Afrika Polkets West Afrika Dami na minasang Kalewa, anawa, ah, ah Dami na minasang Kalewa, anawa, ah, ah Dami na minasang Kalewa, anawa, ah, ah Polkets West Afrika Polkets West Afrika Dami na minasang Kalewa, anawa, ah, ah Ein tolles Abschlussbild, ein riesiger Applaus für die Turnmädchen des TV Weingarten Das habt ihr ganz, ganz toll gemacht Habt ihr schon mal vor so einer Kulisse getunkt? Ähm, ja Was? Also im Weingarten, im Kultur- und Kongressen Da passen doch gar nicht so viele Leute rein wie bei uns Ja Aber toll, habt ihr ganz, ganz toll gemacht Und herzlichen Dank euch Und vielleicht treffen wir uns wieder mal hier im Ravensburger Wiesenthal Zum Oberligaspiel, das wäre ja toll Dankeschön den Mädchen und dann gibt es nochmal einen Applaus für euch Okay Dann kommen wir zu unserem nächsten Programmpunkt Wir bitten unsere Ehemaligen Und da wissen wir nicht, wie viele es sind Wie viele kommen zu uns, zum Mittelkreis Also alle Ehemaligen Ihr habt es gut gemacht Das war auch mal falsch Also unserem Platz Und da sind wir nicht, wie viele es sind